Du kannst eine Welle nicht stoppen, aber du kannst lernen, sie zu surfen. Ein sehr schönes Bild, das sehr gut zu der Entwicklung in der Publishing-Welt passt. Wir haben nämlich im elektronischen Publishing jetzt die dritte Technologie-Welle. Doch schön der Reihe nach. Die erste Welle waren die klassischen Satzanlagen. Es wurde erstmals voll elektronisch produziert. Die zweite Welle war dann Desktop-Publishing. Und ich sage hier bewusst «wahr», weil Desktop-Publishing in seiner heutigen Form geht dem Ende entgegen. Und was sich jetzt entwickelt, ist Cloud-Publishing. Eine völlig neue Art der Zusammenarbeit und der Produktionsmöglichkeiten. Ein paar Beispiele. Woodwing Inception. Das ist ein Storytelling-Programm, ich würde fast sagen eine Art Layout-Programm für unterschiedliche Ausgabekanäle. Läuft ausschliesslich im Browser in der Cloud. Oder da das Web-Content-Management-System WordPress. Hier eine WordPress-Erweiterung, die es möglich macht, aus WordPress über die Cloud in die Adobe DPS zu publizieren, um so mobile Apps mit Inhalt zu befüllen. Oder da die Newsletter-Plattform MailChimp. Im Beispiel hier holt sich MailChimp die Daten für den Newsletter automatisch aus WordPress, natürlich über die Cloud. Und da TrueEdit. Ein erstes Redaktionssystem für InDesign, das ausschliesslich in der Cloud läuft. Das macht den Betrieb und den Unterhalt besonders einfach. Oder da ein Beispiel, das Sie alle schon auf Ihrem Rechner haben. Die Adobe CC Libraries, die Creative Cloud Bibliotheken. Adobes Verwaltung von Assets und Vorlagen, natürlich in der Cloud. Erreichbar aus jeder Desktop- und Mobil-App und auch im Team nutzbar. Kommen Sie also mit in die Surfstunde und lernen Sie die Welle Cloud Publishing mühelos surfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017